so neues spiel neues glück was muss man heute machen stun gun das wird wahrscheinlich nicht so einfach werden in pochinki da oben wir hätten sich auch ein bisschen einfacher namen ausdenken können aber ich meine ganz ehrlich ein bisschen einfacher namen ausdenken können für diese ich bin barfuß warum bin ich barfuß weil wenn ich barfuß spiele hört man das nicht so patschen ist ein bisschen leiser wenn du läufst wenn du barfuß läufst bist du leiser als wenn online da kommt schon der erste dude nach vorne runter habe ich hier schirm weiß ich nicht egal so da rein der ist direkt hinter mir runter gekommen das passt das wird allerdings beim nächsten dem ich über den weg glaube nicht funktionieren weil den muss ich jetzt das c4 dran kleben ich brauche eine waffe schon länger nicht mehr passiert dass ich so lange ohne waffe rumgelaufen bin gut war auf jeden fall die panzer forst aktion ok besser die um ist gar nicht schlecht das gefällt mir mal lass mich mal in die richtung spazieren hier da waren auch noch ein paar dudes oder ich war eigentlich der meinung dass man da noch weiteres zeug ruten kann irgendwo hier ist noch einer runter gekommen irgendwo glaube ich ein bisschen aufpassen jetzt ich höre was dachte ich etwas doch da ist einer drin ich war drin also heute bin ja guter sprengmeister ja ich finde es immer viel einfacher als wenn man dann rein rennt und dann wie ich rum organisieren muss hier ich finde es reicht voll und ganz aus eine ich finde es nicht gut horizontal ja passt sind auch in der zone das ist auch verwunderlich um ehrlich zu sagen kein scope gefunden ich schon noch gerne oben ist ein sniper was war mit dem los hat er nicht gecheckt dass ich das war übrigens der typ der mit mir zusammen gelandet ist der dachte der bot schießt auf ihn weil der bot hat nicht auf ihn geschossen das war ich und das hat natürlich bei ihm dazu geführt und dass er die situation unterschätzt hat da unten ist noch ein botner braun scope ja ich weiß also ich sehe ihn nicht ich sehe ihn beim besten will nicht das probieren wir noch mal jetzt mache ich den selben fehler wie der dude der gerade von mir erschossen wurde ist er noch da tja problem der wurde gerade von einem mit einer slr weg gewämpft und ich will jetzt nicht unbedingt mich mit dem anlegen ohne vorher ein besseres scope aufgetrieben zu haben wenn er nicht völlig blind ist hat er gecheckt dass ich da unten bin genau that's exactly what i meant ja ja alles klar gib mir mal nen scope bitte ich brauche nen scope da kommt jetzt bestimmt hier runde geeiert und will sich mit mir anlegen wo bist du denn mein kleiner er trifft aber ich habe kein gescheit ich habe kein gescheites scope ich habe kein gescheites scope für die nummer ich brauche ein gescheites scope der kann mich halt auch gut sehen mein kleiner der kompensadores da dran habe mich nicht gesehen ja come on mensch irgendner irgendwo muss doch hier ein scope rumfliegen anfangen irgendwie Das ist zum Mäusemelken, ey. Ist da eins? Ist der Dude immer noch da oben? Ne, ne? Ja, auf die Entfernung brauchst du halt auch gar nicht erst probieren, ehrlich gesagt. Wir holen den Buggy und fahren weg. Wo müssen wir denn hin? Ja, ganz wahrscheinlich mit dem Dude später nochmal zu tun bekommen. Weil der einfach, genau wie ich, nicht in die andere Zone muss. Ey, was geht? Jetzt sind wir im Ernst. Wie viele Häuser habe ich jetzt schon gelootet? Ohne einen Scope zu finden. Was ist so? Ultrinerfig. Ultrinerfig. Ist das schief noch da oben? Ne. Ja, hat mir ein bisschen Damage gemacht. Aber jetzt nicht irgendwie... Ultra. Aber ich weiß, der hat eine Sniper und ich weiß, der hat einen Scope. Und das beides in Kombi ist ein bisschen blöd für mich. Ich brauche auch einen Scope. Selbst über den C gefahren? Blöd. Hier war noch keiner. Das 4x-Vierfach Scope. Es gibt so. Nein. Es ist so Mäuse, man. Ich will ja kein 8x-Fach. Ich will ein 6x-Fach. Ich will ein 4x-Fach. Irgendeins. Daneben. Daneben, ey. Daneben, Leute. Was? Ohne Scheiße. Was geht? Come on. Auto, komm. Mach. Mach hin, ey. Ich will ein bisschen aufpassen. 21 am Leben. Plop. Halb so wild. Das kann der Uhrzeit ab. Der freut sich. Ich habe eine Idee. Autsch. Ich dachte, da komme ich durch. Drei. Drei. Driving Skills, Leute. Driving Skills. Oh, hier. Außerhalb der Base. Außerhalb. Oh, das hat wehe getan. Das ist Zwa. Normal, das ich mich jetzt umfahre. Das zweite Mal, dass ich mich jetzt umfahre. hab selbst da steht ein buggy auch gut exzendet victor dann habe ich ein problem hier weil ich einfach noch ein scope rauch da vorne könnte es jetzt hässlich werden glaube ich die bude ist fucking scary lassen wir so da war noch keiner zum looten witzig und und hätte ich nicht gedacht noch niemand zum looten hier gewesen lassen wir hier bleiben hier gefällt es mir da müssen wir hin ich habe ja noch keine schon was feines jetzt hier 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 ist eine hier drin hier 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 boah ist das hässlich hier hier Scary. Scary. Da ist ein Auto. Sexy. Nehmen wir das. Das Auto ist sexy. Ich hätte gute Lust, das zu nehmen. Mehr noch ein Boost-Item. Jetzt kann ich es mehr. Aber wir chillen hier noch kurz. Let's go. Das wird noch geballert. Go, go, go. Keine Boost-Items mehr. Auf den Berg hoch. Dann ist es, dass hier einer ist. Das ist eine Ultra. Noch drei am Leben. Na, wir warten kurz. Hat doch keiner hier, oder? Funny. Unten wird geschossen. Kann jetzt laufen, aber ich glaube, ich fahre lieber. Wie viele Smokes habe ich denn eigentlich? Keine. Nice. Halt. Und wo sind sie jetzt unsere Diode? Rechtshut geballert. Okay, Ace-Headshot. Er hat einfach nur Glück gehabt, oder? Kann doch nicht sein. Er hat ultra gut getroffen, der Dude. Der hat wirklich ziemlich gut getroffen. Tja, was sagst du dazu? Den anderen hat er übrigens auch mit einem Headshot erlegt. Ich weiß es immer nicht, ob ich sowas reporten soll oder nicht, aber ich glaube nicht. Ja, weiß ich nicht. Was hat denn der für ein Level? 187? Ja, das ist schon... Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich mal freuen, wenn ihr mir sagt. Übrigens, wir haben gut rumgesprengt, also die C4 und die Dings war cool, die Panzerfaust. Also, danke fürs Zuschauen, bis dahin. Ciao, ciao.